Hallo, ich bin Benni. Heute sind wir an Bord der Scharhörn. Für das Leben an Bord muss sauberes Trinkwasser aus Tanks zur Verfügung stehen. Dabei vermehren sich gerade in den Tanks, die mit Süßwasser gefüllt werden, schnell Krankheitserreger. Die Wasseraufbereitung hat bisher einen hohen technischen Aufwand verursacht. Helios Aqua Plus bietet eine neue, effiziente Möglichkeit, Wasser zu desinfizieren. Viren, Pilze und Bakterien werden durch den gezielten Einsatz von Ultraschall und UV-Licht abgetötet. Ganz ohne Chemie. Nun werden alle Richtlinien der Trinkwasserverordnung eingehalten. Die Schiffsbesatzung erhält sauberes, keimfreies Wasser. Mit der sicheren Trinkwasserversorgung kann der Kapitän sorglos in See stechen. Ahoi! Sauberes Wasser für unsere Welt. Helios Aqua Plus 1 2 3 5 3 where